Bergmann kreiert inspirierende Bäder und Wellnessanlagen für Neubauten und Realisierung aus einer Hand. Das Team an erfahrenen Fachleuten verbindet Leidenschaft für ästhetisch und funktional perfekte Spa-Architektur und Badkultur. Die Kunden werden ganz persönlich zuhause oder in der Ausstellung beraten. Am Anfang wird vor Ort bei einer Massaufnahme Bedürfnisse und technische Machbarkeiten besprochen. So hat man einen Eindruck von der Wohnsituation bezüglich der gewünschten Stilrichtung. Die ersten Konzepte und 3D-Visualisierungen der Neugestaltung werden gemeinsam in der Ausstellung besprochen und finalisiert. Vom Konzept zum Projekt. Eine professionelle Planung und Vorbereitung ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf vom Umbauprojekt. Während der Bauzeit begleiten Projektleiter die Umbauten und stellen die Qualität und termingerechte Fertigstellung sicher. Die vom Bergmann AG ausbildeten Handwerkerteams decken alle relevanten Gewerke ab. Am Ende steht ein massgeschneidertes Traumbad aus Schweizer Handwerkskompetenz. Ein starkes Augenmerk wird zuzeit auf der fugenlose Wand- und Bodenbelege gelegt. Zu diesem Trend bietet Bergmann AG ein individuelles Produkt aus einem Glasfasenverbundstoff namens WSP. Zum Beispiel können fugenlose Wandbelege in Alneral-, NSS-Farben, Fotodekor- und Ablagennischen auf Mass produziert werden. Hier präsentiert der Berater eine WSP-Fotodekor-Ausführung in der Naturkröte-Dampfdusche Lotus. Der zweite Trend im Badumbau ist der Private Spa. Jedes Badzimmer verdient heute eine Wohlwanne oder eine Dampfdusche. In der schnelllebigen Zeit von heute sucht der Bauherr Entspannung in den eigenen vier Wänden. Bergmann AG konzipiert und fertigt für Ihre Kunden individuelle Wohlwannen und Dampfduschen inklusive komplettem Einbau und Servicedienstleistung. Abgerundet wird der fugenlose Private Spa mit einem passenden Lichtkonzept.